Hoho, haha! Herzlich Willkommen bei meinem Podcast, die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Alles ist Schwingung. Sicherlich kennst du den Ausspruch, ich bin mit meinem Freund auf einer Wellenlinie. Das spricht für Harmonie und Nähe, im Gegensatz zu nicht auf einer Wellenlinie zu sein. Dadurch entsteht Störung und Dissonanz. Dieses kleine Beispiel macht deutlich, dass unterschiedliche Schwingungen unser Wohlsein stören oder gesundheitsfördernd sein können. Sender und Empfänger spielen hierbei eine große Rolle. Was der Sender aussendet, kann beim Empfänger ganz anders ankommen als gemeint. Lachen wir, entstehen Schwingungen und Wellen. Bei vielen Empfängern kommt Lachen wohltuend an und anderen passt es gerade nicht in ihren Gram. Ebenso die Schwingungen von Klangschalen. Viele Menschen empfinden den Klang der Schalen als entspannend und harmonisierend. Andere macht es kribbelig. Wie bei allem auf der Welt, es gibt die unterschiedlichen Reaktionen. Und dennoch gibt es Wirkungen, denen können wir uns nicht entziehen. Lachen ist nun mal weitestgehend ansteckend. Und auch der positiven Wirkung der Klangschalen kannst du dich nicht vollends entziehen. Ich freue mich sehr, in meinem Podcast Die Kraft des Lachens meine wunderbare Lachkollegin Sabine Gebhardt begrüßen zu dürfen. Sie beschäftigt sich mit Lachen und Klangschalen. Liebe Sabine, stell dich doch bitte erst einmal vor. Hallo, liebe Silvia. Ich freue mich sehr, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast. Ich bin ganz aufgeregt, ganz gespannt, was hier bei diesem Podcast passieren wird. Ich möchte alle Hörer und alle Hörerinnen ganz herzlich begrüßen. Ich wohne, ich lebe seit einigen Jahren in Dortmund. Bin Sozialarbeiterin. Arbeite mittlerweile selbstständig im Bereich Fitness, Wellness, Entspannung. Meine Schwerpunkte sind Klang. Ich arbeite mit Klangschalen und Gongs, habe seit einigen Jahren Lachyoga dazugenommen und habe während der Arbeit mit Klang und auch mit Lachyoga verstanden, dass diese beiden Methoden wunderbar zusammenpassen. Und dazu möchte ich euch heute ein wenig erzählen. Ja, super. Und darauf freue ich mich auch schon ganz toll. Ja, wie kamst du auf die Idee, mit Klangschalen und Gongs zu arbeiten? Ich bin seit einigen Jahrzehnten im Fitnessbereich tätig, auch im Bereich Seniorenarbeit und Gesundheitssport und habe dort immer wieder gemerkt, dass die normale Fitnessarbeit an ihre Grenzen kommt. Und dass es mehr gibt als Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Dehnung, dass es die Menschen noch über andere Ebenen erreichen kann. Da habe ich den Klang entdeckt und habe diese Arbeit sehr intensiv gelernt und auch später dann angewendet. Ich hatte eine eigene Praxis, in der ich Klangangebote gemacht habe, habe diese Arbeit auch in meine Gruppen integriert, habe darüber hinaus Workshops in diesem Bereich gegeben und habe gemerkt, dass auch da im Fitnessbereich der Klang ganz gut ankommt, eben nochmal eine andere Ebene anspricht. Gerade im Bereich Rückentraining, wo die Menschen häufig sehr belastet sind, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern halt auch auf psychischer Ebene und dass da so eine Entspannung immer sehr wohltuend ist und gerade Rückenschmerzen haben oft ja auch was mit der Psyche zu tun, sodass ich da eben eine schöne Ergänzung gefunden habe mit dem Klang. Und unabhängig davon eben auch diesen Klang anderweitig in mein Leben und in meine Arbeit integriert habe. Dass du es also so als Entspannungselement mit einsetzen konntest, habe ich das richtig verstanden? Genau, als Entspannungselement zumindest, also zumal in der Gruppenarbeit als Entspannungselement auf jeden Fall. Und dann eben darüber hinaus in der Einzelarbeit auch bei gravierenderen Problemen eben als Unterstützung zu medizinischen Intentionen eben da auch nochmal zu gucken, wie kann ich Muskulatur entspannen? Wie kann ich wieder Harmonie in den Organismus, in den Körper und in den Geist bringen? Und das geht mit den Klangschalen eben sehr gut, Disharmonien zu harmonisieren, Blockaden zu lösen. Also die Klangschalen haben Wirkung auf die Schwingungen im Körper? Genau, die haben Wirkungen auf allen Ebenen, Körper, Seele und Geist. Genau, auf allen drei Ebenen, genau. Sehr schön, ja. Und wann hast du Lach-Yoga für dich entdeckt? Lach-Yoga habe ich im Jahr, glaube 2016, entdeckt mit einer Freundin, war ich auf einem Workshop. Das war ganz witzig, bin da sehr offen, habe gedacht, oh, da gehst du jetzt einfach mal hin. Und das war eine Freude. Und das war ein ganz schönes Erlebnis, weil am nächsten Tag ein guter Freund von uns gestorben ist und ich gemerkt habe, dass mich dieses Lachen, diese Kraft des Lachens über diese Zeit hinweggetragen hat. Wir waren an diesem Tag auch im Hospiz und haben ihn dort verabschiedet und begleitet. Und das war ein sehr berührendes Erlebnis. Ich habe mich ganz anders erlebt als sonst in solchen Situationen, wobei ich so Situationen noch nicht so oft in meinem Leben hatte. Aber ich habe gemerkt, dass mich dieses Lachen einfach auf einer ganz anderen Ebene getragen hat und dass ich dadurch auch mit der Situation viel besser umgehen konnte und auch mein Umfeld damit irgendwie besser, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also, dass es einfach so eine andere Harmonie, eine andere Energie in diesem Raum, also gerade jetzt auch im Hospiz war. Und das hat mich sehr berührt. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum ich mich wirklich mehr auch mit diesem Lach-Yoga beschäftigt habe und gemerkt habe, dass es wichtig ist, dass ich mir der Freude und dem Wohlergehen widme. Das habe ich in den Jahren davor bedingt getan. Die Arbeiten, die ich getan habe, sowohl im Fitnessbereich als auch mit Klang, die sind häufig nicht unbedingt auf Freude ausgerichtet. Und da habe ich so gemerkt, das ist einfach ein Teil, den ich wieder mehr leben möchte. Der ist so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen abgeflaut. Den habe ich gar nicht mehr so in meinem Leben integriert. Und da habe ich so gedacht, da werde ich jetzt mal dranbleiben. Habe dann ziemlich zeitnah nach dieser Erfahrung die Lach-Yoga-Leiter-Ausbildung gemacht und im gleichen Jahr dann auch noch die Lach-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und ich kann nur sagen, dass das mein Leben wirklich umgekrempelt hat, dass ich viel fröhlicher geworden bin, dass ich Menschen anders begegnen kann, dass ich viele neue Menschen kennengelernt habe, die einfach ein bisschen positiver auch in die Welt schauen und wissen. Und die Kraft der guten Energie, die wir durch das Lachen und auch mit dem Klang in die Welt bringen können. Ja, die wunderbare Lach-Gemeinschaft. Ja, das finde ich ja spannend, dass du Lachen in Verbindung mit Trauer gleich so kennenlernen, ich sage jetzt mal, durftest, weil das war ja gerade ein guter Zeitpunkt, dass du das vorher für dich gefunden hast und gemerkt hast, wie Lachen so stärken kann, eben auch in solchen kritischen Zeiten. Das wird so unterschätzt. Oft heißt es ja bei Trauer Menschen, da darfst du doch nicht lachen und zu sehen, was darin alles Hilfreiches steckt. Ganz genau. Und da hast du mir mit deinem Buch halt auch nochmal sehr Unterstützung geleistet. Das habe ich mir dann relativ zeitnah gekauft und habe mich dem Thema dann auch mehr gewidmet, sodass ich jetzt selber auch kleine Workshops eben zu diesem Thema gebe. Und da merke ich, dass mir das sehr am Herzen liegt und die Menschen dahingehend zu begleiten, wieder in ihre Freude zu kommen, ohne die Trauer hinten anzustellen. Weil ich denke grundsätzlich, dass alle Emotionen gelebt werden dürfen. Es geht ja beim Lach-Yoga zumindest bei mir nicht darum, alles andere nicht mehr zu haben und zu leben, sondern es ist ein Teil von uns und aber die anderen Teile dürfen auch sein. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft missverstanden wird. Und es geht nicht darum, dass wir nur noch laut lachen, durch die Gegend laufen, sondern alles darf sein. Und das Lachen ist einfach hilfreich, um uns aus verschiedenen Sachen besser wieder rauskommen zu lassen oder es besser durchleben zu können. Genau. Dazu machen wir gleich auch noch eine schöne Übung. Ja, schön. Genau. Da kommt noch was Schönes. Ja, und dieses Lachen trotz und alledem. Du hast eben auf mein Buch verwiesen. Das begleitet mich auch immer wieder, dass wir es eben trotzdem dürfen. Trotz und alledem. Du hast zwei schöne Lach-Yoga-Übungen für uns mitgebracht. Da möchte ich dich doch bitten, sie uns anzuleiten, damit wir mitmachen können. Ja, ich möchte euch als allererstes das Bärenlachen vorstellen oder vielleicht einfach nochmal daran erinnern. Das ist eine Übung, die mache ich schon relativ lange. Also von Anfang an, weil ich die einfach so klasse finde, weil die auch sehr dynamisch ist. Also da ich aus dem Fitnessbereich komme, mag ich auch das sehr dynamische Lach-Yoga, wo wirklich viel Bewegung und viel Aktion ist. Und bei dem Bärenlachen machen wir das folgendermaßen. Falls du Hörerin oder Hörer alleine diesen Podcast hörst, dann kannst du dich jetzt an einen Türrahmen stellen. Und diejenigen, die den vielleicht zu zweit hören, die können sich Rücken an den Rücken stellen und dann rubbelt ihr euch mal so richtig aneinander oder beziehungsweise am Türrahmen. Mal den ganzen Rücken am Türrahmen, am Rücken rubbeln, hoch und runter und dabei ganz kräftig lachen. Ah, schön. Das ist wie bei Balu, der Bär beim Dschungelbuch. Oh, probier's mal mit Gemütlichkeit. In meinem Lachtreff lasse ich diese Musik dazu immer laufen. Ah, schön. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis und sehr schön. Wir wechseln dann auch häufig noch die Partner. Ist im Moment halt nicht möglich, von daher nehmen wir den Türrahmen, okay? Ja, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, wenn man es alleine macht und hat trotzdem eine schöne Rückenmassage dabei. Weil es aktiviert ja auch total gut alle Zellen im Rücken, in den Blasen, in den Jahren. Da passiert ganz viel, außer dass man Spaß hat. Träftig noch die Oberschenkel, wenn man ein bisschen hoch und runter geht. Ja, genau. Viele Facetten hat diese Übung. Lockert die Schultern, aktiviert die Lunge. Das finde ich bei den Lach-Yoga-Übungen immer so fantastisch, dass man den Spaß im Vordergrund hat und gar nicht so im Kopf immer sich sagen muss, wofür man das alles macht. Und trotzdem passiert so viel Wertvolles. Genau, das ist das Wunderbare, ohne dass die Leute es merken. Ganz genau. Ja, und du hast eben schon auch ein wichtiges Stichwort gegeben, das Bärenlachen so mit der Dynamik. Wie du sagst, du kommst aus dem Fitnessbereich, man kann es da dran anbinden und man kann es auch noch anders einsetzen bei der nächsten Übung, die du für uns hast, mit dem Fäustchenlachen. Das hat ja nochmal eine weitere Wirkung. Genau. So, dann möchte ich euch noch eine weitere Übung vorstellen. Das ist die Übung ins Fäustchenlachen. Ich habe diese Übung ein wenig erweitert. Da ich auch mit der Quantenheilung arbeite, habe ich sie zur Transformation erweitert und da möchte ich euch jetzt gleich eine kleine Anregung geben, wie ihr das machen könnt. Wenn ihr möchtet und bereit seid, dann dürft ihr euch jetzt bequem hinsetzen oder auch stellen, so wie es euch bequem ist. Und dann leite ich euch ganz ruhig und behutsam durch diese Übung, damit ihr euch da gut reindenken könnt, reinführen könnt und das Ganze auch genießen könnt. Wenn ihr jetzt einen guten, schönen Platz für euch gefunden habt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr einmal die Unterarme zur Seite ausbreitet und die Handflächen nach oben streckt. Nun stellt ihr euch vor, wie in eure linke Hand alles hineinfließt, was schwer in eurem Leben ist. Sorgen und Ängste, Nöte, alles das, was euch belastet, liegt in eurer linken Hand. Spürt da einen Moment rein, spürt die Schwere. Vielleicht bewegt sich euer Arm auch ein wenig nach unten. Und wenn ihr dort alles gesammelt habt, wendet ihr euch eurer rechten Hand zu. Die rechte Hand sammelt alles ein, was leicht ist in eurem Leben oder was ihr noch haben möchtet in eurem Leben. Vielleicht Sternenstaub oder rosa Wölkchen, Glück und Zufriedenheit, all das sammelt ihr in eurer rechten Hand. Spürt auch da hinein, spürt die Leichtigkeit, spürt, wie die Hand sich vielleicht ein wenig nach oben bewegt und immer mehr dieser Leichtigkeit aufsammeln möchte. Und wenn ihr da jetzt ein gutes Gespür für habt, links und rechts, dann bringt die beiden Hände in der Mitte vor eurem Körper zusammen. Und dann schüttelt ihr die Hände ganz kräftig. Und stellt euch dabei vor, wie alles durcheinander gewirbelt wird. Alles gut, durchmischt wie bei einem Kuchenteich. Jetzt, wo wir die Hände zueinander gelegt haben und ordentlich geschüttelt haben, führt ihr die Hände zum Mund. Und jetzt lachen wir uns kräftig eins ins Fäustchen. Und jetzt führt ihr eure Arme nach oben. Und stellt euch vor, wie diese Energie, die transformierte Energie langsam über euch rüber rieselt. Euch einhüllt in Leichtigkeit, in Zufriedenheit und in Liebe. Und dann kommt ihr langsam wieder hierher zurück, öffnet wieder die Augen und seid ganz präsent. Ich danke euch. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Sabine. Das ist eine wunderbare Übung. Alles, was mit Transformation zu tun hat, finde ich so wunderbar. Und ja, das Lachen hilft da allemal. Ja, vielen Dank. Gerne. Lachen und Klang. Du arbeitest ja mit beidem. Wo siehst du die Verbindung? Ich sehe die Verbindung da, dass beides dazu dient, den Körper wieder in eine harmonische Schwingung zu bringen, Blockaden zu lösen. Und das ist das Hauptthema, denke ich, bei vielen Methoden, bei vielen alternativen Methoden, den Körper wieder in den Fluss zu bringen und so halt auch beim Lachen und auch bei der Arbeit mit Klang. Du sprichst von einer Protokooperation und von Symbiose. Genau. Diese beiden Methoden stehen für sich. Die sind wunderbare Methoden, jede für sich alleine. Aber in der Verbindung ergänzen sie sich einfach wunderbar. Das ist eine schöne Erfahrung, die ich bei einem Workshop machen durfte. Dazu würde ich euch eine kurze Geschichte eines Workshops erzählen. Ein Erlebnis, was ich dort hatte. Also es hat mich sehr berührt und ich erzähle es immer wieder gerne. Es ist so, dass ich bei den Workshops oft erlebe, dass die Leute erst mal so ein bisschen gehemmt sind. Sie haben natürlich den ersten Schritt getan. Sie sind zu einem Blach-Yoga-Workshop gekommen. Das ist ja schon mal ganz viel. Und trotzdem, wenn sie dann da sitzen, merken sie oft, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Wie bin ich denn hier gelandet? Oh, jo, 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 jo. Am liebsten würde ich mich ja wieder verkrümeln. Aber naja, mache ich nicht. Habe ja auch da Geld für bezahlt und bin ja auch anständig und so. Und das macht man ja nicht. Deswegen bleibe ich mal brav hier. Und dann habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn ich so zu Beginn dieser Lach-Yoga-Workshops mit den Klangschalen eine Einleitung mache, eine kleine Meditation, dann entspannen die Menschen sich schon so weit, dass sie sich mehr auf diese ganze Arbeit einlassen können. Die ersten Blockaden sind gelöst. Sie merken, da ist irgendwas hier im Raum, eine Schwingung, der ich mich gar nicht mehr entziehen kann. Und schon ist der Bann gebrochen. Da ich von Anfang an mit Klangschalen und Lach-Yoga gearbeitet habe, weiß ich gar nicht so richtig, wie es ist, wenn ich es nicht tun würde. Dann hat sich das so entwickelt, dass ich eben das wirklich immer mache und immer gute Erfahrungen damit mache und dann wirklich immer wunderbare Lach-Yoga-Workshops oder Stunden habe. Und meine besondere Erfahrung, von denen ich euch jetzt erzählen möchte, ist, ich habe eine ganz große Klangschale, wo man sich auch reinstellen kann. Und bei diesem Workshop war es so, dass jede Teilnehmerin sich in diese Klangschale gestellt hat. Jede nacheinander natürlich. So groß ist sie nicht, dass alle auf einmal sind. Und ich habe diese Klangschale angeschlägelt. Und alle anderen haben gelauscht. Und die Kommentare waren dann, die hört sich ja ganz anders an. Und das liegt bestimmt daran, dass die Frau neben mir viel, viel größer ist. Und die ist viel schwerer und die ist viel dicker und, 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 und. Das waren so die Erklärungen, die kamen. Bei jeder Frau hat es sich dann anders angehört. Genau, bei jeder Frau hat es sich anders angehört. Das habe ich nicht gesagt, aber das haben die Teilnehmerinnen sehr wohl gehört. Ah, okay. Ich habe diese Äußerungen so stehen lassen. Ich habe da erst mal gar nichts zu gesagt. Wir haben dann unsere Lach-Yoga-Stunde gemacht. Und am Ende dieser Lach-Yoga-Stunde dürfte noch mal jede Frau in diese Klangschale steigen. Und siehe da, jetzt klangen alle Frauen sehr ähnlich bis gleich. Und alle waren sehr überrascht und konnten das gar nicht glauben, dass da so viel passiert ist. Meine Erklärung dazu ist, dass wir uns in eine gemeinsame Schwingung begeben haben. Wir haben durch das Lachen, weil wir auch anfangs darüber gesprochen haben, Silvia, du hast es eingeleitet, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind, wenn wir uns gut miteinander verstehen. Und wir haben uns während diesem Lach-Yoga-Workshop auf eine Ebene gebracht, auf eine Wellenlänge gebracht. Spannend. Und das hat man in dieser Klangschale sehr, sehr deutlich gehört. Und alle waren sehr berührt. Und auch ich war völlig überwältigt, dass Lachen so eine Wirkung hat. Und ich muss sagen, dass es sehr schön ist, für die Leute auch zu sehen, was da passiert. Sie können es direkt hören. Das eigene Behörden ist immer das eine, aber es auch noch mal so im Außen wahrzunehmen, ist noch mal eine ganz andere Erfahrung. Die sehr bereichernd ist und die dann auch noch mal bestärkt, dass diese Methode einfach wunderbar ist. Ja, diese Veränderung zu sehen, das finde ich unglaublich. Also es ist eine spannende, spannende Erfahrung. Und vielleicht auch eine der Erklärungen, dass man sagt, Lachen verbindet. Das sagt ja wirklich, dieses Verbindende, sich so zugehörig fühlen, eben weil man auf einer Wellenlänge dann ist. Genau, ganz genau. War eine sehr schöne Erfahrung und eine sehr schöne Geschichte. Und ich möchte dann nur jeden ermuntern, zum Lach-Yoga zu gehen, um mit allen Menschen auf eine Wellenlänge zu kommen. Und auch die Klangschalen zu hören, da möchte ich dich auch bitten, dass wir gleich einmal eine Klangschalenprobe von dir bekommen. Und du hast ja auch noch eine schöne Meditation für uns mitgebracht, auf der Suche nach dem ultimativen Lachen. Also auch da diese wunderbare Verbindung von Klangschal und Lachen. Und ja, da möchte ich dich doch bitten, dass du die Klangschale für uns ertönen lässt und uns dann von der Meditation auch berichtest. Oder vielleicht magst du vorher was zu der Meditation sagen, dass wir dann in Ruhe diese Einheit bekommen. Ja, das überlasse ich. Ich würde euch jetzt einmal die Klangschale vorstellen, mit der ich gleich die Meditation einleite und auch wieder beende. Das war der Klang einer Herzschale, die habe ich heute für euch ausgewählt. Ich möchte euch anleiten in einer kleinen Meditation, die Meditation heißt, die Suche nach der ultimativen Lachzelle. Dafür möchte ich dich bitten, dass du dir einen bequemen Ort suchst, bequem auf den Stuhl setzt oder dich gegebenenfalls auch hinlegst. Die Augen schließt. Zur Ruhe kommst und auf deinen Atem achtest. Spür, wie der Atem in deinen Körper eindringt und den Körper wieder verlässt. Ganz gleichmäßig und entspannt. Jetzt machen wir eine kleine Reise. Geh einmal mit deinen Gedanken quer durch deinen Körper. Auf der Suche nach der ultimativen Lachzelle. Irgendwo in deinem Körper versteckt sich eine kleine Zelle, die den ganzen Tag vor sich hin lächelt. Schau mal, wo du sie findest. Vielleicht hat sie sich im dicken Zeh versteckt oder in deinem Herzen. Ich gebe dir jetzt noch einen kurzen Moment, die kleine Lachzelle zu finden. Wenn du sie gefunden hast, leg mal deine ganze Aufmerksamkeit auf diese kleine Lachzelle. Betrachte sie dir von allen Seiten. Schau, wie fröhlich sie daherkommt. Und dann lach gemeinsam mit dieser kleinen Lachzelle. Lächel ihr mal ein wenig zu. Und jetzt siehst du, wie sich die Lachzellen, die Zellen drumherum umschauen und ebenfalls beginnen zu lachen. Und so wird das Lachen immer weitergegeben in deinem Körper. Die Lachgemeinschaft wird immer größer, bis sie deinen ganzen Körper erfüllt. Spüre, wie das innere Lächeln deinen Körper entspannt. In eine wohltuende Harmonie bringt. Und du dich rundum wohlfühlst. Dann kommst du ganz langsam wieder hierher zurück. In dem Wissen, dass du jederzeit wieder zu deiner kleinen Lachzelle zurückkehren kannst. Ich bedanke mich bei dir für das Mitmachen. Liebe Sabine, vielen Dank für diese wunderbare Meditation. Welch schöne Vorstellung, dass ich in meinem Körper eine ultimative Lachzelle habe, die dann vor sich hinkichert und alle anderen ansteckt. Das gefällt mir sehr gut. Wirklich eine tolle Idee. Ja, ich möchte nochmal an das Thema vorhin anknüpfen mit dem Lachen und der Trauer. Dazu hast du ja auch eine Erfahrung mit Klangschalen gemacht, von der du mir berichtet hast. Und ich möchte dich dann bitten, das auch unseren Hörern und Hörerinnen zu erzählen. Weil ich fand das schon sehr spannend, was du da erlebt hast, als du zu diesem Thema die Schalen eingesetzt hast. Magst du das gerade erzählen? Ja, gerne. Das mache ich gerne. Es war ein Workshop zum Thema Lachyoga und Trauer. Wir haben einleitend mit den Klangschalen gearbeitet. Dann haben wir ein wenig Lachyoga gemacht. Übungen, die auf dieses Thema abzielen, die sehr gut für dieses Thema einzusetzen sind. Habe ich unter anderem bei Silvia gelernt. Fand ich prima. Danke. Danke. Und dann habe ich eine Übung mit einer Klangschale gemacht, die ich von einer lieben Kollegin bekommen habe. Und ich war sehr berührt, was innerhalb kürzester Zeit dort geschehen ist. Die Erfahrung war großartig. Es ist eine Übung, wo es darum geht, loszulassen. Das Thema Loslassen haben wir alle in unterschiedlichen Varianten. Es geht nicht immer nur darum, wenn Menschen sich von uns verabschieden oder sterben loszulassen. Es geht eigentlich im ganzen Leben immer um Loslassen, wenn uns das auch nicht so ganz bewusst ist. Und dazu habe ich eine Übung eingesetzt, die das Loslassen leichter macht und ziemlich deutlich macht vor allen Dingen. Wie ihr ja eben gehört habt, ist die Klangschale ein Instrument, was sehr lange klingt. Es hat einen sehr langen Hall, Nachhall und es schwingt sehr anhaltend. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr eine Klangschale in die Hand nehmt und sie am Rand festhaltet, kann diese Schale nicht schwingen. Und genauso ist es mit den Dingen, die wir nicht loslassen. Wir halten fest. Wir können nicht mehr in Schwingung kommen, geschweige denn dann das Objekt, der Mensch, den wir loslassen sollten. Dann habe ich den Menschen, nachdem sie die Übung gemacht haben, mit dem Festhalten, wo sie alle sehr verhalten reagiert haben. Ich fand die Gesichter dabei sehr ausdrucksstark. Sie waren sehr irritiert. Sie haben sich erschrocken. Also alles war dabei. Und dann habe ich die Klangschalen den Menschen auf die flache Hand gestellt, den Teilnehmern, und bin rumgegangen und habe die Klangschalen angeschlägelt. Sie konnten den Klang in der Hand spüren. Sie hatten den Kontakt zu der Klangschale. Sie haben die Hand flach gemacht, nicht mehr gegriffen, sondern schon etwas losgelassen. Aber den Kontakt noch gehabt, kennen wir wahrscheinlich auch alle. So, das war schon so eine Erfahrung, die die Menschen eher kannten. Das war schon so ein bisschen, ja, der ist noch da. Ich habe den Kontakt noch, aber es schwingt. Ich bin noch in Berührung. So, und dann habe ich diese Schalen in der nächsten Runde von der Hand runtergenommen und vor die Hand der Teilnehmerin gestellt. Also immer nicht nur vor die Hand, vor die Teilnehmer. Habe die Klangschalen wieder angeschlägelt und die Teilnehmer haben gespürt, ich bin jetzt wieder frei. Ich kann meine Hand wieder bewegen. Ich komme aus dieser Starre raus, die das Halten, das Festhalten in mir ausgelöst haben. Der Klang der Schale, die Schwingung, die Verbindung zu der Schale ist ja immer noch da. Der Klang sich über die Luft auch auf den Hand, auf den Körper überträgt. Das heißt, wir sind über die Schwingung, über den Klang immer mit allem verbunden. Und das macht diese Arbeit mit der Klangschale sehr, sehr deutlich. Es berührt mich jetzt. Ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Das zu erleben, nicht nur bei mir selbst, sondern auch eben bei diesen Teilnehmerinnen, das war schon sehr, sehr berührend. Das ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Also ich fand das ja auch so schön, als du mir das erzählt hast, dass ich dachte, das müssen wir unbedingt weitererzählen. Und so zu sehen, wie wir verbunden sind über den Klang und im wahrsten Sinne des Wortes wieder handlungsfähig werden, wenn du beide Hände wieder zur Verfügung hast, im übertragenen Sinn. Das ist also deutlicher, kann man es ja fast nicht machen. Genau, das ist ähnlich wie eben diese Erfahrung mit dem Reinstellen in die Schale, dass es einfach klassischer wird, dass es erfahrbarer wird. Wissen um die Verbindung, das ist das eine. Aber es wirklich dann auch so zu erleben, das kommt nochmal auf einer ganz anderen Ebene an. Genau, die Erfahrung über den Körper ist immer am deutlichsten. Da ist ja auch alles gespeichert im Körper, unsere ganzen Erfahrungen. Ja, danke für diese Geschichte. Das ist schon sehr eindrücklich. Was ist dein Resümee aus all deinen Erlebnissen und Erfahrungen, die du jetzt mit Lach-Yoga und Klang gemacht hast? Dass es sich lohnt, diesen Methoden zuzuwenden. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ich merke, dass sich mein Leben dadurch in vielerlei Hinsicht verändert hat, sehr bereichert hat. Dass ich positiver durch die Welt gehe. Ja, dass ich einfach zufriedener bin und auch Krisensituationen besser meistern kann. Dass ich so ein Handwerkszeug habe, wo ich immer und jederzeit darauf zurückgreifen kann. Und da möchte ich gerade auf das Lachen zurückkommen. Mit den Klangschalen setzt immer voraus, dass man eine Klangschale hat. Das hat nicht jeder. Und das Lachen ist was, da brauchen wir nichts. Da brauchen wir eine Umgebung direkt in uns. Und das finde ich so wunderbar. Also ich tendiere mehr und mehr zu Methoden, wo wir nichts brauchen. Wir haben schon alles in uns. Und das wieder hervorzuholen und wieder zu aktivieren, das ist einfach ein sehr beruhigendes Gefühl und gibt mir sehr viel Energie und sehr viel Lebensmut. Weil ich denke, ich bin nicht darauf angewiesen, von außen Dinge zu bekommen. Oder also ich kann meine eigene Kraft spüren und kann darauf zurückgreifen und ermächtige mich dadurch wieder selbst. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Schlüsselwort Selbstermächtigung. Ja, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, was du sagst. Das Lachen, das haben wir immer so dabei. Da brauchen wir nichts anderes. Und auch wenn wir wissen, dass Lachen und Singen sehr ähnliche positive Wirkungen im Körper auslösen. Beim Singen brauchen wir Texte, die wir vielleicht vergessen und nicht mehr wissen. Und Lachen können wir immer und über. Das war immer. Auch in jeder Altersklasse. Also wunderbar. Wir müssen es nur erlauben. Das ist, glaube ich, das Erzeugen. Das ist sein großes Schlüsselwort. Es uns erlauben. Da sagst du was. Ja. Du hast jetzt schon vieles gesagt, dass meine letzte Frage sich fast erübrigt. Aber ich frage es trotzdem noch. Was hast du für eine Botschaft für unsere Hörer und Hörerinnen? Ich habe die Botschaft, dass ich euch ans Herz lege, euch wirklich heilbringenden und freudvollen Methoden zuzuwenden. Es bereichert dein eigenes Leben, das Leben anderer und es leistet einen wesentlichen Beitrag zum Frieden in dir und damit auch zum Weltfrieden. Ja, danke. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und das ist was, was uns ja beim Lachen auch so wichtig ist. Wer lacht und lachend begegnet, begegnet friedlich. Lachen ist auch Friedensarbeit. Da steckt so viel drin. Und wenn wir das machen und so begegnen, dann machen wir schon ganz schön viel. Ganz genau. Und da kann jeder seinen Beitrag leisten. Weil jede Kleinigkeit, die wir tun, ist entscheidend. Und das auch noch mit Freude. Ach, liebe Sabine. Ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch mit diesen vielen interessanten Informationen. Lassen Sie uns doch noch mal gemeinsam herzlich lachen. Sehr gerne. Und wenn man von dir und deiner Arbeit noch mehr erfahren möchte, dann kann man dich auf deiner Internetseite besuchen. Magst du die gerade noch sagen? Gerne. Das ist die Adresse www.achtsamsein.de Ja, danke, dass du dabei warst. Es war eine Freude. Danke. Heiter, weiter. Tschüss, auf Wiederlachen. Tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter, Weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Und wenn du dich in der Zeit hast, dann kannst du dich in der Zeit, dann kannst du dich in der Zeit, dann kannst du dich in der Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020